Hallo, ich bin Herrn Schmeier, Paterer-Coach in Hamburg und Berlin und teilweise auch in München und diesmal Video-Blog rund um die Themen Dating, Beziehungen und Liebe. Wenn ihr euch übrigens für Sessions interessiert, geht es bald an, weil das läuft immer mehr zu gerade. Das ist echt wahnsinnig, Leute, es war früher gar nicht so viel, jetzt Sessions buchen. Genau, und wollten mal hinweisen, das ist noch, ich glaube jetzt noch 14 Tage, kann man deutlich vergünstigt in meine Leadership-Ausbildung einsteigen. Ist ja auch eine schöne Sache, was vielleicht ja immer wichtiger wird, Online-Arbeit. Für Einzel- und für Paare könnt ihr da von meinem Wissen profitieren. Geht jetzt in diese Grundausbildung und die Advanced, die sollen ja live gemacht werden, ist gerade natürlich ein bisschen schwierig. Ja, heute, also könnt ihr uns gerne Fragen schicken an, könnt ihr auch an support.liebeschiff.de Fragen schicken, müsst ihr dann dazuschreiben, bitte im Video beantworten. Oder noch viel besser über ein Formular, über das Kontaktformular auf liebeschiff.de. Okay, ja, heute haben wir das schöne Thema, du musst es nur, in Anführungsstrichen, deiner eigenen Seele recht machen. Was heißt das? Also, ist da natürlich ein Aufruf zur Selbstliebe. Also, ich glaube, das Thema Liebe war schon immer wichtig, wird immer wichtiger werden. Und ich hoffe, das kommt rüber in meinen Videos, dass ich denke, ja, also Liebe, also erst mal ist immer die Frage, ist das wirklich Liebe in einer toxischen Beziehung? Vielleicht auf eine ganz schräge Art, ja, im Sinne von, wir bringen uns gemeinsam weiter hier mit vielleicht einem Seelenvertrag oder keine Ahnung. Aber auch so, was man eigentlich mit Liebe meint, ist es, glaube ich, nicht so. Aber das suchen wir natürlich, ne? Und was man, glaube ich, immer wieder lernen darf, ist, dass Liebe eben nicht, das, was wir immer so in den Hollywood-Sendungen sehen oder auch in vielen anderen Filmen, Liebe ist eben nicht, dieses, ja, weiß ich nicht, toxische Spannung oder nur Sexualität oder leere Sexualität oder manipulieren, übers Ego arbeiten, ja, das ist eben nicht, weil irgendwo ist alles Liebe, aber so im engeren Sinne ist es nicht Liebe. Und ja, also es ist manchmal, denke ich, weder Liebe für den anderen, noch ist es vor allen Dingen Liebe für sich selbst. Und man denkt immer, man liebt den anderen, vielleicht liebt man den auch, aber auch da müsste man überlegen, also manchmal, denke ich, ist es auch für Partner manchmal besser, man würde sie verlassen. Also nicht, weil man ihnen einen reinrücken will, sondern weil man ihnen eine Chance gibt, weil es sich weiterzuentwickeln und auch das Feedback gibt, so geht es nicht, so kann es so einfach einen Menschen nicht behandeln und so. Aber gut, ich komme mir schon ein bisschen ab. Also, ja, Liebe ist, wird immer wichtiger und es geht eben nur mit Selbstliebe. Selbst wenn ich meine, ich liebe meinen Partner, ist es ein verkrüppeltes Konstrukt, wenn ich mich selber nicht liebe und die Gleichung damit vollständig mache, so. Und eine Art, wie man das auch sehen kann, ist eben, was tut deiner Seele gut, ne? Jetzt nicht unbedingt deinem Ego, dem Ego tun manchmal ganz andere Sachen gut. Das Ego will immer Bestätigung und Thrill und ich weiß nicht was, aber tut es wirklich deiner Seele gut, ne? Und viele, ja, wahrscheinlich vielleicht sogar alle, aber gut, viele toxische Beziehungen, ja, tun vielleicht oder auch vielleicht auch super langweilige Beziehungen oder ich weiß es nicht, tun deiner Seele vielleicht nicht gut oder was heißt nicht gut? Das ist nicht das, was deine Seele will, so, ne? Und ich glaube, wenn wir alle, was natürlich schwierig ist, mehr herausfinden würden, was will unsere Seele eigentlich im Gegensatz zu, was will unser Ego, was natürlich auch wichtig ist, ne? Also ohne Ego, wir brauchen Ego, wir dürfen unser Ego auch lieben, aber es ist halt die Frage, gerade so in der, denke ich, neuen Zeit, die da jetzt immer mehr kommt, braucht das Ego halt einen anderen Platz, so, ne? Und der ist halt vielleicht nicht mehr ganz so an der Frontlinie, wie das sonst immer war. Also was will deine Seele? Und man kann jetzt sicherlich sich vorstellen, dass die Seele vielleicht nicht unbedingt in so einer, ja, Beziehung sein will, die einen, ja, eben einfach nicht erfüllt, die Seele nicht erfüllt, so. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber was ist denn mit dem anderen dann? Und, ja, also ich will den noch retten oder ich weiß nicht was, aber das ist genau der Punkt. Also häufig, wenn man, häufig hilft man Menschen mehr, wenn man ihnen nicht unbedingt hilft, so, ne? Also, oder ihr wisst schon, was ich meine, also, und nicht immer wieder das Ausbügel, was der andere vielleicht an krassen Macken hat oder Egozentrik oder ich weiß es nicht. Also, das würde ich mal überlegen, ist das wirklich das, was meine Seele will? Und jetzt denkst du vielleicht, ja, aber ist das nicht egoistisch? Aber es ist eben nicht egoistisch. Es ist seelenistisch vielleicht. Aber es ist eben nicht das Ego. Also, wenn es dir gut geht, dann geht es auch deinem Umfeld gut. Dann geht es auch deinen Beziehungen gut. Und wann geht es dir gut, wenn du immer mehr das machst, was deine Seele eigentlich will. Und das ist eben gerade nicht egoistisch. Und, also, das Ego will häufig da drinbleiben und gewinnen und siegen und Genugtuung bekommen und auch abstrafen und es ist auch nicht schlimm. Ich will das jetzt gar nicht werten. Das ist halt irgendwie das Spiel hier. Aber ist das noch das, was du spielen willst? Und, also, wenn man das macht, was der Seele gut tut, ja, ist man eben gerade nicht egoistisch, weil die Seele weiß ja, dass wir alle verbunden sind. Und ich glaube nicht, dass deine Seele jetzt irgendwas gut findet, was irgendwie weiter dieses Nullsummen-Spiel ist. Wenn es mir gut geht, dann geht es dir nicht gut. Sondern ich glaube, es geht gerade darum, dass wir aus diesem rauskommen, dass es so entweder mir geht es gut oder dir geht es gut, sondern dass wir hinkommen, hey, wir alle können irgendwie vielleicht erreichen, dass wir in so einer Energie kommen von, es ist genug für alle da irgendwo, auch genug Liebe oder auch genug Beziehungen. Oder hört sich jetzt vielleicht ein bisschen utopisch an, aber auch das will ich gerne mal weiter explorieren, so in meinen Kursen, dieses, diese Macht der Gedanken, wirklich mal groß zu denken und nicht immer nur dieses kleine Denken, ich, entweder ich überlebe oder du überlebst, oder, also in Anführungsstrichen, oder ich setze mich durch oder du setze dich durch, oder, oder wie kann ich den anderen am besten manipulieren, sondern eher so ein Denken von, gibt es da nicht auch eine Energie, auf die wir einen Zugriff haben, ja, wo wir, wo für alle genug da sind, würde ich mal so, weil ja in uns selbst auch so viel ist, aber das darf, wir brauchen wiederum die Selbstliebe. Gut, das war jetzt vielleicht alles völlig konfus, oder vielleicht auch nicht, vielleicht konntest du sowas für dich rausziehen, würde mich freuen, ich übe immer noch hier in die iPhone-Kamera zu gucken, nicht so einfach, und, ja, gibt es sonst noch irgendwas? Ich erwarte, dass ihr kommt zur virtuellen Neumond-Liebesche-Party am Freitag, 16.10. um, ich glaube 19.30, ganz normal, YouTube live und wir werden uns bald wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.